Genau, ansonsten man möchte sich eventuell die Hände schmutzig machen und tatsächlich im Real-Life-Tischtennis spielen. Aber an sowas denken wir natürlich gar nicht. Oh, danke schön. Ein Paket gekommen. Das ist, was steht da? Oh, der neue Nils. Der alte ist ja kaputt gegangen. Und schauen wir mal ab. Oh nee, wer hat den Nils schon wieder geworfen? Oh nein, das kann man nicht angehen. Oh, was ist ein Scheiß.